Willkommen im Pressesaal im Landhaus 1 in Pozen. Benvenuti nella sala stampa di Palazzo Wiedmann a Bolzano. Wie kann Südtirol die Folgen des neuartigen Coronavirus möglichst gut meistern? Mit dieser Frage hat sich gestern sowohl der Südtiroler Landtag befasst, als auch gleich zweimal auch die Südtiroler Landesregierung. Was gestern entschieden wurde, wie es nun weitergeht und über weitere aktuelle Daten rund um das Coronavirus, berichtet uns heute Landeshauptmann Erno Kompatscher. Zum zweiten Mal übertragen wir heute auch im neuen Format, sprich zuerst vollständig in deutscher Sprache und danach übernimmt mein Kollege Franco Grigoletto hier das Podium und dann erfolgt die Pressekonferenz in italienischer Sprache. Bitte sehr, Herr Landeshauptmann. So, das Mikrofon zunächst. Einen schönen guten Nachmittag auch meinerseits. Buon pomeriggio tutti. Es ist für mich heute eine Möglichkeit, auch noch einmal zu erklären, warum gestern die Pressekonferenz ausgefallen ist. Es waren doch einige Bürgerinnen und Bürger, die entweder vor den Radiogeräten, vor dem Bildschirm, am Computer oder dem Smartphone oder eben auch vielleicht vor den Fernsehgeräten vergebens gewartet haben. Es fand gestern eben eine außerordentliche Sitzung des Südtiroler Landtages statt. Und in dieser außerordentlichen Sitzung ist eben das Gesetz für die Unterstützungsmaßnahmen für die Geschädigten im Bereich Corona verabschiedet worden. Es ist für mich die Gelegenheit, mich auch bei den Kolleginnen und Kollegen Abgeordneten zum Südtiroler Landtag zu bedanken. Es war gestern eine sehr konstruktive Sitzung. Es gab doch eine umfangreiche Debatte, durchaus auch mit kritischen Zwischentönen. Aber im Großen und Ganzen gab es doch, denke ich, eine sehr konstruktive Arbeitsweise. Und am Ende auch eine Genehmigung des Gesetzes mit überwältigender Mehrheit. Das ist also beinahe einstimmig. Es gab eine Stimmenthaltung. Alle anderen Abgeordneten haben sich für die Annahme dieses Landesgesetzes ausgesprochen. Ein Landesgesetz, das Mittel von einer halben Milliarde Euro bereitstellt. Das ist doch jetzt sehr viel Geld, das einmal zur Verfügung gestellt wird. Das ist die erste große Tranche. Damit werden natürlich die Maßnahmen finanziert, die wir gemeinsam mit den Banken auf den Weg gebracht haben. Hier geht es um Bürgschaften, um Unterstützungsleistungen, aber auch um die Übernahme von Zinsen. Damit werden aber auch jene Maßnahmen finanziert, die für die sozial Schwächeren gestaltet worden sind. Ob das jetzt Mietbeihilfen sind, ob das finanzielle Sozialhilfe ist, ob das sonstige Formen für Unterstützung sind für Menschen in spezifischen Situationen, Menschen mit Beeinträchtigungen und vieles andere mehr. Es geht aber auch natürlich um die Maßnahmen für die Stundungen, die wir vorgenommen haben, also wo immer nicht an das Land zu zahlen ist und ähnliches mehr. Das sind ja dann weniger Einnahmen für das Land und das bedeutet, dass die Ausgaben dann andersseitig gedeckt werden müssen, eben mit diesen Mitteln. Und es geht natürlich auch um die Kapitalbeiträge, die an die Unternehmen, an die kleinen Unternehmen ausbezahlt werden, aufgrund eben der Bestimmung in diesem Gesetz. Gleich anschließend an die gestrige Landtagssitzung haben wir auch noch eine außerordentliche Sitzung der Landesregierung abgehalten, um sofort aufgrund dieses neuen Gesetzes auch die Kriterien für die Beitragsvergabe zu genehmigen. Mit der Veröffentlichung des Gesetzes morgen tritt dann beides in Kraft, sowohl das Gesetz eben und die Kriterien. Und dann können wir auch nächste Woche wirklich auch schon die Umsetzung dann haben des Gesetzes und eben auch die Auszahlung der Beiträge in die Wege leiten. Das alles wird dann ja digital abgewickelt. Das ist zurzeit ja sowieso der privilegierte Weg für alle unsere Tätigkeiten. Und das ermöglicht es uns auch, diese Verfahren sehr schnell abzuwickeln. Es braucht die SPIT-Adresse dazu, aber dafür ist es für die Unternehmen dann auch sichergestellt, dass das alles automatisiert erfolgt. Aufgrund der Eigenerklärung, die die Unternehmen abgeben, erfolgt auch die Beitragsauszahlung. Die Kontrolle findet dann im Nachfeld statt. Ich darf an dieser Stelle noch einmal auf die eigene Internetseite verweisen. Neustart Südtirol, dort sind alle Maßnahmen aufgeführt von den Kreditstundungen, von den Darlehensstundungen über die Direktzuwendungen, über die Erhöhung von Beiträgen, auch die Maßnahmen im Bereich Kultur oder für die Vereine und ähnliches mehr. Diese Homepage wird auch laufend weiter gefüllt. Dort finden Sie auch die Informationen, wie komme ich zu den Leistungen, was muss ich in einer spezifischen Situation tun, als Familie, als Mutter, Vater, was muss ich tun als Unternehmerin, Unternehmer, wie steht es, wenn ich Vereinsobfrau oder Mann bin, in spezifischen Situationen. All das finden Sie auf dieser Homepage. So, das zur politischen Tätigkeit im Landtag und Landesregierung. In Bezug auf die Entwicklung der Daten, die uns der Gesundheitsbetrieb übermittelt hat, von meiner Seite nur so viel. Es ist wiederum doch eine beachtliche Zahl von Tests, die ausgewertet worden sind in den letzten 24 Stunden. Das waren 1046 Abstriche, die ausgewertet worden sind und dabei sind 44 Personen neu positiv getestet worden. Das entspricht dem Trend bereits der letzten Tage, jetzt doch schon ein Trend, der sich bestätigt hat, nämlich, dass der Prozentsatz der positiv getesteten Personen ständig abnimmt, zwar langsam nur, aber er nimmt immer weiter ab. Also, egal, wo wir spezifisch testen, wie sich die Testgruppe zusammensetzt, es sind dann immer am Ende des Tages etwas weniger Positive dabei als am Vortag. Und das ist sicher eine positive Entwicklung und insbesondere, wie Sie ja sicher wissen, haben wir immer die Entwicklung auch bei den Intensivbetten im Auge. Es sind jetzt insgesamt noch 34 Personen, also einschließlich jener, die im Ausland betreut werden, die intensivmedizinisch betreut werden. Wir waren schon bei 65, wie gesagt, jetzt noch 34. Insgesamt hat sich also diese Entwicklung bestätigt und das lässt uns natürlich auch sagen, dass die Hoffnung, die wir in den letzten Wochen öfter geäußert haben, jetzt auch in den Zahlen eine Bestätigung gefunden hat. Heute zum Mittag hatte ich auch eine Konferenz mit dem Regierungskommissariat und mit den Landeskommandanten, also den jeweils obersten Zuständigen der verschiedenen Polizeibehörden, also Karaminiere, Staatspolizei, genauso wie Finanzpolizei und auch die Vertreter der Stadt Bozen für die Gemeindepolizei. Und da ging es mir insbesondere darum, auch Klärungen vorzunehmen, gemeinsam mit dem Regierungskommissar, mit dem ich mich dazu auch schon unterhalten hatte, in Bezug auf das Verhältnis von Landesverordnung und staatlicher Verordnung. Und es ist einhellig festgestellt worden und das war ja auch schon klar, aber es kann nie oft genug betont werden, dass in Südtirol die Verordnung des Landes, in diesem Fall des Landeshauptmanns, maßgeblich ist. Es ist die vor allem anzuschauen und nur eventuell subsidiär, wenn etwas dort nicht geregelt ist, dann sind andere Bestimmungen heranzuziehen. Es gilt, die Verordnung des Landeshauptmanns zu beachten und es gilt auch für die Ordnungskräfte, diese umzusetzen und für die Umsetzung derselben zu sorgen und gegebenenfalls auch bei Übertretung dieser Verordnung Strafen zu verhängen. Und es war dann auch die Gelegenheit, ganz klarzustellen, denn hier haben doch einige Ordnungshüter zuletzt Zweifel aufkammeln lassen wollen, klarzustellen, dass es allein diesen Bezug gibt und dass es auch nicht im Ermessen einzelner Ordnungskräfte liegt, hier möglicherweise andere Bestimmungen heranzuziehen oder zu zweifeln, ob das rechtmäßig ist oder nicht. Das kann gegebenenfalls ein Verfassungsrichter tun oder andere Ebenen, aber sicher nicht die Behörden, die mit der Umsetzung beauftragt sind. Und deshalb ist hier doch Klarheit geschaffen worden, auch in Bezug auf die Auslegung einzelner Bestimmungen. Es ist klar, wenn man zu Fuß unterwegs ist, dann kann man auch eine Gemeindegrenze überschreiten. Und ich denke, es ist auch nachvollziehbar für alle Sie, auch geschätzte Bürgerinnen und Bürger, dass das ja keinen Unterschied macht, ob ich jetzt über eine imaginäre Linie im Gelände trete, die die Gemeindegrenze darstellt. Das hat mit einer Infektionsgefahr, einer erhöhten oder erniedrigen nichts zu tun. Es ist wie immer, wenn man sich bewegt, außerhalb der eigenen Wohnung, es gilt zu vermeiden, dass man in die Nähe anderer Menschen kommt. Das ist das Wichtige. Und wenn man in die Nähe anderer Menschen kommt, dass man eben Mund und Nase entsprechend mit einer Barriere bedeckt, mit einer Maske oder einem Stofftuch. Das ist das Thema und nicht irgendwelche Grenzen. Das ist in der Verordnung auch doch klar so herauszulesen. Hingegen, wenn man sich mit dem Fahrzeug fortbewegt, in andere Gemeinden fährt, dann muss es einer der Gründe sein, die ausdrücklich vorgesehen sind. Entweder, weil man zur Arbeit muss, weil man ein Geschäft aufsuchen muss, das legitimerweise aufhat und das es in der eigenen Gemeinde nicht gibt. Oder, wenn es medizinische Gründe dafür gibt. So, soviel zum Treffen mit den Ordnungskräften. Abschließend noch von meiner Seite, bevor wir vielleicht auch dann auf die Beantwortung von Fragen gehen. Denn es wird jetzt ganz häufig natürlich diskutiert darüber, wie geht es weiter. Das wissen wir ja alles schon, was hier gesagt wird. Aber wir würden gerne wissen, wie es weitergeht. Diese Debatte findet in ganz Europa statt. Ja, ich denke weltweit. Überall dort, wo es Maßnahmen zum Gesundheitsschutz gegeben hat. Eigenschränkende Maßnahmen. Wie lange bleiben diese aufrecht? Wie werden diese gelockert? Und hier ist klar, ja, es wird weitere Verordnungen geben. Auch das ist dekritisiert worden, so viele Verordnungen. Es wird nicht gehen anders, denn wenn wir die Maßnahmen schrittweise wieder lockern wollen, muss das auch wieder mittels Verordnung geschehen. Und wir erarbeiten entsprechende Szenarien. Es ist heute in den Medien ein Papier zirkuliert, das schon einige Wochen alt ist, das ein Arbeitsentwurf war. Das ist nicht ein aktuelles Dokument. Aber ja, es stimmt. Ich habe ja Rom gegenüber die Position vertreten, gemeinsam mit einigen Kollegen, Präsidenten anderer Regionen, dass es die Regionen sein müssen, die die Vorschläge erarbeiten, die am besten wissen, wie das auch schrittweise erfolgen kann. Und auf regionaler Ebene auch die begleitenden Schutzmaßnahmen zu erarbeiten sind. Und wir haben solche Papiere entwickelt. Wir haben auch entsprechendes Schreiben schon an die Regierung verfasst. Ich werde die nächsten Treffen mit Videokonferenzen, mit der Regierung dazu verwenden, auch unsere Vorschläge einzubringen. Diese dann auch in aller Form zu übermitteln. Und klarerweise, es braucht für jede Tätigkeit, für jede Aktivität, die mir jetzt neu zulässt, auch klarerweise begleitende Schutzmaßnahmen. Insbesondere, was das individuelle Verhalten anbelangt. Das ist die Hauptbotschaft. Wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass wir eben, wenn wir sagen, das soll wieder möglich sein, diese Arbeitstätigkeit, diese neue Freiheit soll wieder zurückgewonnen werden, dass wir halt auch uns an das Thema Mundschutz, Handhygiene, Verhalten, Abstandsregeln und so weiter auch in diesen Situationen gewöhnen. Das gilt dann irgendwann für das Restaurant genauso wie für die Tätigkeit auf der Baustelle. Wir sind derzeit dabei, Szenarien zu entwickeln, dass wir eben diese Arbeitstätigkeiten Schritt für Schritt in den nächsten Wochen zulassen, aber gleichzeitig die Informationen erarbeiten anhand von Leitfaden und Richtlinien und auch natürlich mit Verweis auf die Abkommen auf staatlicher Ebene zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden in Bezug auf den Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und der Gesundheit allgemein. Ja, es hat mehrere Fragen gegeben, genau zu diesem Zeitplan, weil dieser ja heute schon in den Medien öfters Thema war. Ich glaube, der Großteil davon ist inzwischen aber beantwortet. Vielleicht eine Frage, wer ihn ausgearbeitet hat, darauf könnten Sie eingehen, ist das die Landesregierung, ist das die Landesverwaltung, werden die Sozialpartner mit einbezogen und so weiter. Ja, es ist ja mehrmals auch eine öffentliche Debatte darüber entstanden, wie arbeitet die Landesregierung hier, sind das die Landesräte, die alleine hier entscheiden und vom Bürostuhl aus quasi jetzt diese Vorschriften erlassen. Dem ist nicht so. Es gibt, so wie es die Taskforce für den Bereich Gesundheit gibt und dort sogar noch mehrere Untergruppen, einmal natürlich unter der Leitung von Primarmark Kaufmann, jene, die alles koordiniert, aber dann gibt es noch für die Seniorenheime, es gibt dann noch eine eigene Taskforce, was die ganzen Tests abhandelt und so weiter. So gibt es ähnliche Arbeitsgruppen parallel dazu, die sich mit dem Bereich natürlich der Unterstützungsmaßnahmen generell, auch für Familien, Soziales und so weiter, aber auch mit der Wirtschaft, mit der Wiederaufnahme der wirtschaftlichen Aktivitäten befassen. Wir haben alles entsprechende Arbeitsgruppen besetzt. Es sind immer Sonderbeauftragte dabei, also Spitzenfunktionäre der Landesverwaltung, die das koordinierend machen. Aber wir haben immer auch Externe hinzugezogen, einmal Experten, ob das Wissenschaftler sind, spezifische eben Voraussetzungen, die da mitgebracht werden, besondere Kenntnisse, aber auch dann die Interessensvertretungen. Und was diese Wiederaufnahme anbelangt, so haben wir natürlich zu Rate gezogen, Wirtschaftswissenschaftler, Betriebswirtschaftler, also Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft, Bankfachleute, die wir mitgenommen haben. Aber natürlich sind wir im ständigen Austausch mit den Arbeitgeberverbänden, also sprich mit dem Handwerkverband, mit dem HGV, mit dem HDS und natürlich auch mit allen anderen Verbänden, ob das jetzt der Bauernbund ist und so weiter. Also alle Vertreter sind hier oder die Dienstleister, die hier mit einbezogen werden, aber auch die Gewerkschaften selbstverständlich. Wir erarbeiten Thesenpapiere, Dokumente, die wir dann auch diesen zur Kenntnis bringen, Empfehlungen, Ratschläge einholen. Und im Detail müssen wir diese dann auch mit den Betroffenen, wirklich mit den Berufsgruppen, mit den betroffenen Berufsgruppen diskutieren. Ist es möglich, als Friseur zum Beispiel mit gewissen Arbeitsvorschriften dann zu arbeiten? Funktioniert das? Wie ist ein Flächenverhältnis denkbar in einem Restaurant, in einem Geschäft? Wie viele Menschen können wir bei wie viel Quadratmeter gegebenenfalls hineinlassen? Wo können wir die Grenze setzen? So funktioniert das Ganze so, dass die Gesundheit geschützt ist, das Ganze aber auch praktikabel bleibt. Sonst sagen die Leute am Ende, mit diesen Bedingungen kann ich eh nicht aufsperren. Und da könnt ihr mir gleich sagen, ich muss zulassen. Also wir müssen hier die richtige Balance finden. An diesen Papieren wird gearbeitet, damit wir sie dann doch praxisnah gestalten können, eben unter Einbezug der Betroffenen selbst und gleichzeitig eben mit einem positiven Gutachten auch der für die Gesundheit Verantwortlichen. Man spürt den Wunsch nach Öffnung und Neustart allenthalben auch an den vielen Daten, die man immer wieder hört, also Zeitpunkten, an denen was auch immer starten soll. Es kursiert der 20. April Baustellen, 4. Mai Handelsgeschäfte, 18. Mai Restaurants und so weiter. Es gibt da ganz viele Daten. Sie haben schon gesagt, es gibt keinen Plan, aber ein Journalist fragt auch konkreter nach, weil Zaya da heute angekündigt hat, dass Venezien am 4. Mai möglicherweise sogar früher wieder aufsperren möchte. Und deswegen hakt er nach und fragt, wann die Phase 2 in Südtirol startet. Ja, ich ersuche wirklich, dass solche Medienmeldungen immer mit einer gewissen Vorsicht genossen werden. Ich bin ja ständig in Austausch, auch mit den Kollegen, gerade Kollege Luka Zaya ist ja einer von jenen, der mit mir gemeinsam diese These vertritt, dass wir es sind. Wir Regionen, die dem Staat dann spezifisch für die jeweilige Region die Lösungen vorschlagen. Das wird der Vorschlag sein, den die Region Venezien einbringt. Wir haben natürlich auf Ebene der Regionen auch durch unsere Verordnungen gewisse Spielräume genützt schon. In Südtirol haben wir ja in dieser Woche auch wesentlich mehr Aktivität als in der vergangenen Woche. Ich denke, Sie alle haben das heute auch am Berufsverkehr, ich nenne ihn jetzt einmal so, am bescheidenen Berufsverkehr, der wieder entstanden ist, gemerkt. Es sind wieder mehr Autos unterwegs, mehr Menschen unterwegs, weil einfach auch mehr gearbeitet wird, schon wieder mehr Tätigkeiten zugelassen sind. Und ähnlich ist es in der Region Venezien. Wir sind da im ständigen Austausch. Wir haben die Strategiepläne inzwischen entwickelt. Wir sind noch am Verfeinern, am Abstimmen. Wir müssen auch noch gewisse Dinge in Bezug auf Sicherheitsauflagen, die zu machen sind, prüfen, auch durchchecken und wir werden dann die Vorschläge machen. Es wird auf staatlicher Ebene genauso gearbeitet. Wir versuchen auch hier die entsprechenden Kanäle und Kontakte zu nützen, um da schon direkt Einfluss zu nehmen, was auf staatlicher Ebene auch als Rahmenrichtlinien festgelegt werden soll, damit die möglichst günstig auch für die Tätigkeit in Südtirol sind. Das Wichtige ist, die Gesundheit steht immer im Vordergrund. Wir wollen das nicht aufgeben, was bisher an adaptierten Zielen erreicht worden ist. Wir haben jetzt eine Ansteckungskurve, die nach unten geht, ein Ansteckungsverhältnis, das wir erreichen wollten. Als erstes Ziel, das unter eins geht. Wir sind hier in diese Nähe gerückt und wir müssen schauen, dass wir das nicht aufs Spiel setzen. Deshalb ist es schon klar, wir werden zeitgerecht auch mit gemeinsam mit allen Interessensgruppen, Arbeitgeber und Arbeitnehmerverbänden informieren darüber, wie die nächsten Schritte lauten. Wir müssen uns hier aber abstimmen, nicht nur auf Landesebene, sondern auch mit Rom. Das heißt nicht, dass wir die Pläne nicht haben, aber sie bekannt zu geben, bevor diese Abstimmung erfolgt ist, wäre fahrlässig. Wir müssen die Dinge dann auch umsetzbar gestalten. Wir sind relativ gut im Zeitplan. Wir haben noch zehn Minuten. Wir liegen im Moment vier bis fünf Fragen vor. Also müssten wir hoffentlich genau damit zurechtkommen. Eine Frage ist, in den Betrieben, die jetzt arbeiten dürfen, wird dort auch kontrolliert, ob die Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden? Und falls ja, wer ist für diese Kontrollen zuständig? Ja, es wird kontrolliert. Das ist klar. Es macht nicht Sinn, Auflagen zu machen und dann diese nicht zu kontrollieren. Es geht ja hier auch um Verantwortung. Wir haben von Anfang an in Südtirol auf das Prinzip Vertrauen gesetzt. Wir sind eine reife Gesellschaft. Ich kann das nicht oft genug betonen, auch in der Aussprache heute mit den Vertretern, mit den Oberkommandierenden der Ordnungskräfte, dass mir wichtig ist, dass die Ordnungskräfte auch als zunächst beratende Funktion vor allem agieren, auf Hinweisende, auch Ermahnende, wo notwendig, und dann Strafende, wo wirklich Übertretungen da sind, die nicht nur formeller Natur sind, sondern substanzieller Natur sind. Und dementsprechend wird es auch in den Betrieben zu gestalten sein. Es sind im Prinzip alle Ordnungskräfte, die für die Einhaltung einer solchen Notverordnung, als solche werden diese ja bezeichnet, auch die Kontrolle und eventuell die Ahndung von Übertretungen gewährleisten müssen. Im Spezifischen, bei wirtschaftlichen Tätigkeiten wird es vor allem auch die Finanzpolizei sein, aber genauso können das auch andere Ordnungskräfte wie die Gemeindepolizei, die Karabiniere oder auch die Staatspolizei machen. Es geht um die Einhaltung der Sicherheitsprotokolle. Es geht ja nicht darum, andere Dinge noch zusätzlich ins Feld zu führen. Da gibt es ja ein maßgebliches Protokoll auf staatlicher Ebene, das zwischen den Unternehmerverbänden und den Gewerkschaften dort unterzeichnet worden ist. Für all jene Tätigkeiten, die in den Anwendungsbereich dieses Protokolls fallen, gilt natürlich das als Richtschnur. Und zusätzlich werden dann jene Auflagen gelten, die wir hier auf lokaler Ebene für die weiteren Erleichterungen noch machen werden. Also wenn wir zusätzliche Dinge zulassen, wird es halt für diese spezifischen Dinge auch noch eine Reihe von entsprechenden Sicherheitsauflagen geben. Ein Journalist fragt zu einer Meldung unserer Landespresseagentur von heute, die Sie schon angesprochen haben, nämlich, dass die Verordnung des Landeshauptmanns maßgeblich ist und bittet um eine Präzisierung, weil es ja immer geheißen hat, dass Bürgermeister trotzdem strengere Regeln erlassen dürfen. Ist das weiterhin gültig? Zum Beispiel die 400-Meter-Regel in Bozen. Ja, das ist so und das ist absolut kein Widerspruch, denn es ist genau die Verordnung des Landeshauptmanns, die das explizit vorsieht. In der Verordnung, die ich unterzeichnet habe, steht drinnen, dass die Bürgermeister in Bezug auf die Bewegung im Freien, die sogenannte Attivita motoria und zwar nur in Bezug auf diese Regelung, dort strengere Regeln erlassen dürfen. Das war ein Wunsch, der von Seiten des Gemeindenverbandes einzelner Bürgermeister vorgebracht worden ist, dass es hier diesen Spielraum geben soll für die Bürgermeister. Diesem Wunsch haben wir Rechnung getragen und somit entspricht das eben genau der Landesverordnung, dass Bürgermeister diesen Aspekt noch einmal detailliert regeln können. Das haben insbesondere die Bürgermeister der Gemeinden Bozen und Leifers gemacht. Ein Journalist hat es schon öfter versucht und ist mit seiner relativen Detailfrage noch nicht durchgedrungen. Heute hakt er nach und ich komme da bitte gerne nach. Er fragt, dass man endlich auch die Zahlen der Geheilten pro Gemeinde mitteilen kann. Wir teilen ja relativ viele Daten auch über oder einige Daten auch pro Gemeinde mit, aber bei den Geheilten eben nicht und der Wunsch ist eben, dass man das macht. Ja, ich kann diese Frage dafür verwenden, auch vielleicht auf die Pressekonferenz von morgen zu verweisen. Morgen wird an meiner Seite Landesrat Thomas Wiedmann sein und auch die zuständige Primaria für die Durchführung der Tests und somit auch im Besonderen natürlich für die Führung all dieser Statistiken, wie scheint es aus, die Leitung des Departments für Prävention, Dagmar Regele. Und es ist morgen die Gelegenheit einmal für Sie insbesondere jetzt die Entwicklung der letzten Wochen wirklich auch zu interpretieren. Ich denke, das überlassen wir den Fachleuten aufzuzeigen, was diese Zahlenreihen jetzt wirklich auch bedeuten in Bezug auf die Verbreitung des Virus in Südtirol, auf inwieweit das positiv oder negativ war, diese Entwicklung, auf was wir besonders achten müssen. Und es wird auch die Gelegenheit sein, einige zusätzliche Informationen zu geben, deshalb in Bezug auf die genannte Frage. Gerne geben wir natürlich Informationen, die hilfreich sind, auch für das Verständnis der Bürger, wie die Situation jeweils ist. Was wir nicht tun sollten, ist nur praktisch spezifische Neugierde stillen auf einzelne Personen hin, namentlich und so weiter. Aber ich denke, das ist nicht gemeint. Also gerne auch die Möglichkeit, dass wir die Zahlen für die gehaltenen Personen detaillierter noch darstellen. Das ist für mich jetzt auch die Gelegenheit, in Bezug auf die gehaltenen Personen noch einmal Bezug zu nehmen. Hier gibt es ganz einfach international unterschiedliche Standards. Wir haben in Italien insgesamt und in Südtirol deshalb genauso, weil es eine einheitliche Regelung ist, im Verhältnis zu den positiv Getesteten viel weniger Geheilte. Und da fragen sich sicher oft Menschen, ja werden die bei uns nicht gesund, die Menschen, und nur in Österreich und Deutschland. Nein, hier wird völlig anders das bewertet. Bis jemand in Südtirol als geheilt erklärt wird, gehen nach Abklang der Symptome und nach dem letzten Fiebertag und so weiter einige Wochen. Und nicht, weil die Südtiroler so langsam sind oder der Gesundheitsbetrieb so langsam ist, sondern weil die staatlichen Vorschriften hier sehr, sehr streng sind, bis man jemand tatsächlich für geheilt erklärt werden kann. Da vergeht ein Monat noch einmal fast. Deshalb haben wir, das erklärt sich dann, sehr, sehr wenig Geheilte noch, weil das ewig dauert, bis man dann, man muss einen Test und dann noch einen weiteren Test, einen großen Abstand durchführen und gegebenenfalls sogar noch einen dritten, je nach Entwicklung. Und deshalb dauert es lange, bis bei uns jemand als geheilt erklärt wird. In anderen Ländern ist dieses Protokoll anders. Ich will gar nicht sagen besser oder schlechter. Auf jeden Fall weniger streng, was die zeitliche Abfolge anbelangt. Und deshalb werden viel mehr Menschen viel früher als geheilt erklärt. Zwei Journalistenfragen haben wir noch. Danach schauen wir, ob wir noch Zeit haben für eine private Frage. Beide Journalistenfragen gehen in die internationale Richtung. Immer wieder spürt man den Wunsch, über die Grenze zu fahren. So fragt ein Journalist, könnte Südtirol unisono mit der Euregio und mit Österreich Druck auf Rom ausüben, vor allem auf diplomatischen Wege, damit bald die Brennerachse für den Privatverkehr geöffnet werden kann. Und eine zweite Frage, die vielleicht indirekt damit zusammenhängt, oder auch internationaler Natur ist, ist etwas über ein Sommerurlaubsverbot für andere Länder bekannt? Also zur ersten Frage, es hängt wohl mehr noch. Wir können natürlich als Euregio das vorbringen, das tun wir auch. Es gibt ein gemeinsames Interesse in der Europaregion dafür, dass die Grenze am Brennern möglichst nicht spürbar ist. Wir haben zur Zeit ja auch eine virtuelle Grenze, übrigens in Salurn, weil es ist ja auch zwischen den beiden Ländern das ähnliche, sage ich mal, Ausreise- oder Übertrittsverbot, wie es generell in Italien jetzt zurzeit geregelt ist, auch verhängt. Also man muss betriftige Gründe haben, um von einer Gemeinde in die andere oder von einer Provinz in die andere zu fahren. Dass diese Dinge dann wieder fließend werden, das hängt insgesamt mit der internationalen Entwicklung zusammen. In dem Moment, wo die europäischen Staaten feststellen werden, dass die Sicherheitsstandards zum einen, also so wie die Staaten das geregelt haben, so wie sie das auch durchsetzen, so wie die Disziplin auch ist, ziemlich einheitlich sind, also sich immer mehr annähern. Überall man schaut, dass es eben Schutzmund gibt und so weiter, dass das Ansteckungsniveau nicht eine gewisse Größe überreicht und so weiter. Und die entsprechenden Resultate auch vorhanden sind und sich immer mehr angleichen. Da wird es auch dann eine Selbstverständlichkeit sein, dass dann Grenzkontrollen keinen Sinn mehr machen, da für die Staaten das Risiko sich dadurch auch nicht erhöhen wird. Also je mehr jetzt die Staaten insgesamt gemeinsame Erfolge erzielen und gleich in Gleichschritt immer mehr agieren, umso schneller werden wir eine Situation haben, wo wir die Grenzen nicht mehr spüren. Wir werden uns als Europaregion insbesondere dafür einsetzen, aber es liegt vor allem an der internationalen Entwicklung daran. Es gibt zurzeit Reisewarnungen für verschiedene Länder, die haben alle europäischen Staaten, aber auch international sind die ausgesprochen worden, also sind dann Länder, in die man nicht reisen darf oder soll, je nach Reisewarnungsniveau, beziehungsweise aus denen man nicht einreisen darf oder nur mit bestimmten Auflagen, das ist die klassische Quarantäne für die Heimkehrer, die also Staatsbürger sind und in den Staat zurückkehren, die müssen dann in der Regel für 14 Tage in Quarantäne gehen. Diese Reisewarnungen werden genauso wahrscheinlich Schritt für Schritt zurückgenommen, in dem Moment, wo sich die Niveaus des Gesundheitsschutzes und auch der Sicherheitsstandards angleichen zwischen den Staaten, dann wird es auch nicht mehr Sinn geben, solche Reisewarnungen oder Beschränkungen auszusprechen. Und ich hoffe natürlich auch, wie Sie, nehme ich an, dass wir relativ rasch auf diese Ebene kommen, dass wir wieder feststellen können, wir haben gemeinsam diesen Kampf gegen das Virus, wir sind aber mit gemeinsam guten Ergebnissen und gemeinsam guten Strategien unterwegs und dann braucht es keine Grenzen mehr. Wunderbar. Ich bedanke mich für die Auskunft, ich bedanke mich bei den Zuhörerinnen und Zuhörern in deutscher Sprache, übergebe jetzt an den Kollegen in italienischer Sprache, damit wir in einer Minute mit der italienischen Pressekonferenz fortsetzen können. Vielen Dank. Vielen Dank. und willkommen zur Parten in lingua italienischen Sprache der Provincia-Stampen alle imprese con meno di 5 dipendenti. Il Presidente della Provincia, Arno Compacer, illustrerà queste misure e i prossimi passi che la Giunta Provinciale intende adottare in questa direzione. Do quindi la parola al Presidente della Provincia, Arno Compacer. Bene, grazie, buon pomeriggio da parte mia. Bene, innanzitutto, era questo anche il motivo per il quale ieri non c'è stata la consueta conferenza stampa. Ieri in effetti si era riunito in seduta straordinaria il Consiglio Provinciale per trattare il disegno di leggi che avevamo elaborato nelle ultime due settimane proprio per poter mettere in opera misure di sostegno per tutti coloro che hanno subito ovviamente dei danni economici, ma non solo a causa di questa pandemia. È per me anche l'occasione per ringraziare i colleghi consiglieri di tutti i gruppi consigliari sia della maggioranza ma anche della minoranza per il dibattito che c'è stato che è stato anche per certi versi molto critico, a volte anche aspo, però comunque costruttivo e soprattutto anche per il voto finale che alla fine è stata una dimostrazione anche di coesione in una situazione difficile. In effetti la legge è stata approvata alla fine quasi all'unanimità. C'è stata una sola astensione e tutti gli altri consiglieri hanno votato a favore della legge che tra l'altro ha messo a disposizione adesso dell'esecutivo niente meno di 500 milioni di euro, cioè mezzo miliardo di euro che adesso come prima tranche davvero importante è stata messa a disposizione. Questi soldi a cosa serviranno? Sì, ovviamente a coprire le entrate minori che avremo a causa delle moratorie che sono state fatte da parte anche della provincia per il mancato incasso adesso di imposte, tassi, tributi, contributi da parte dei cittadini che altrimenti sarebbero stati versati e altrimenti avremmo potuto usare poi per la spesa ordinaria della provincia. Adesso bisogna coprire ovviamente questo mancato gettito ma oltre questo ovviamente per finanziare anche ciò che la provincia darà in termini di sostegno alle famiglie, alle aziende, alle imprese, ai singoli cittadini. Ieri nell'isegno di legge è stato provato ovviamente anche il sostegno alle piccole imprese in forma di contributi in conto capitale, imprese fino a 5 adetti avranno questa possibilità di ricevere un contributo se hanno subito un danno dalla chiusura per esempio dalla loro azienda o comunque dalle minore entrate che sono state gli effetti della pandemia. Ieri stesso dopo la seduta straordinaria del Consiglio Provinciale abbiamo fatto anche una seduta straordinaria della Giunta proprio per approvare in base alla legge appena approvata in questo momento anche già i criteri per questi contributi e già adesso saremo quasi pronti a poter poi erogare questi contributi, si sta lavorando ancora proprio giorno e notte nei nostri uffici per aver predisposto poi tutto anche il sito internet sul quale poi si può andare per fare la domanda. Sarà ovviamente una domanda, un'istanza integramente digitale che le aziende potranno fare tramite l'accesso speed e soprattutto basata su una autocertificazione, su una dichiarazione che renderanno in forma digitale e in base a questa saranno erogate poi le somme aspettanti alle singole aziende. Tutte queste misure, questa appena descritta ma anche quella a favore delle famiglie per quanto riguarda sostegno per esempio per il pagamento del canone o per il cosiddetto minimo esistenziale tutte queste misure sono elencate e illustrate sul sito apposito della provincia che è Alto Alice si riparte, basta inserire queste parole nel motore di ricerca e si arriva al sito dove abbiamo elencato tutte le misure ma soprattutto anche come si accede alle singole prestazioni, chi sono gli aventi diritto e ovviamente questo sito sarà riempito di giorno in giorno, ogni giorno di più man mano che riusciamo a mettere in opera tutte le misure di sostegno ci sono già tante, quelle che abbiamo messo in opera anche con l'aiuto delle banche le moratorie e quant'altro ma anche già quelle dell'ambito sociale per esempio dove si possono fare istanze per l'integrazione di prestazioni sociali e tanti altri servizi ancora, cioè invito tutti i cittadini che siano proprio padre, madre di famiglia ovvero anche imprenditori a visitare questo sito per poter poi accedere direttamente alle singole prestazioni oggi anche per me è stato un momento dove ho potuto conferire con il signor prefetto la prefettura e anche i comandanti a livello provinciale delle forze dell'ordine il questore e tutti i comandanti provinciali anche per parlare dell'ordinanza, dell'ultima ordinanza che è stata firmata c'è stato un dibattito anche sul susseguirsi di ordinanze firmate dal sottoscritto io devo dire che ce ne saranno ancora altre per forza perché se vogliamo adesso organizzare la ripartenza ci saranno ordinanze che toglieranno qualche limite, qualche restrizione e di nuovo si dovrà fare con ordinanza ovviamente c'è stato un dibattito sul tema ma se si deve applicare quella provinciale ovvero quella statale ovviamente oggi è stato confermato da tutti su questo non può esserci alcun dubbio perché lo statuto di autonomia stesso e anche le normative a livello statale lo prevedono che in questo caso ovviamente in primi sono da osservare le ordinanze della provincia e solo dove non regalano determinati aspetti si fa riferimento poi a eventuali norme statali esistenti l'ordinanza della provincia di solito recepisce per grandissima parte recepisce comunque quella statale e ovviamente ci sono delle aggiunte e anche delle previsioni diverse per tenere conto delle situazioni particolari che va in provincia questo ovviamente è confermato anche delle forze dell'ordine cioè anche le forze dell'ordine faranno riferimento a questa ordinanza ed è anche chiaro che questa ordinanza regola in modo anche diverso determinati aspetti per esempio per quanto riguarda l'attività motoria in alto alice come tra l'altro anche nell'ordinanza a livello statale non è previsto un limite di metri anzi addirittura ha chiarito che chi si sposta andando a piedi comunque è sempre in regola per quanto riguarda la distanza della propria abitazione questa è una scelta voluta anche perché noi siamo convinti che questo comporta nessun rischio ulteriore per quanto riguarda il rischio di contagio perché quello che invece bisogna evitare è di avvicinarsi a altre persone al di là del fatto che si è vicina alla propria casa o più lontani quello è il punto importante e questa possibilità di muoversi vale anche quando si attraversa il confine del comune anche questo non è un limite previsto per questa attività motoria invece il limite assoluto è quello di non doversi avvicinare altre persone e non davvero dar luogo assembramenti di persone bene detto questo posso anche riferire un attimino sugli ultimi dati trasmessi dall'azienda sanitaria per quanto riguarda lo sviluppo e la situazione in alto alice i dati confermano il trend degli ultimi giorni, delle ultime settimane ormai possiamo dire che è un trend positivo abbiamo avuto 1046 tamponi effettuati, analizzati solo negli ultimi 24 ore di nuovo tantissimi di cui solo, tra virgolette solo, proviamo ancora di meno però relativamente pochi, 44 sono risultati positivi anche qui la conferma di un trend ormai da due settimane che ogni giorno notiamo che i positivi rispetto alle persone testate sono sempre meno cioè la percentuale sta diminuendo di giorno in giorno anche se di poco ma comunque diminuisce non c'è mai stato più un aumento negli ultimi giorni di questa percentuale e anche altro dato per noi sempre di fondamentale importanza è quello dell'occupazione dei posti letto in terapia intensiva in tutto sono 34 cioè compresi quelli anche che si trovano all'estero i nostri pazienti in terapia intensiva tutti sommati sono 34 sappiamo che eravamo già al numero di 65 cioè quasi dimezzato questo numero e anche questo direi che è un segnale che siamo sulla giusta strada ciò non toglie che dovremo continuare a essere molto cauti e autenti seguire le regole e questo mi porta all'ultimo argomento che volevo trattare prima di cercare di rispondere al meglio alle risposte alle domande che i giornalisti mi faranno è il tema del come andremo avanti ovviamente c'è l'aspettativa ormai di tutti soprattutto di tutti i soggetti economici ma anche delle famiglie direi per quanto riguarda la vita sociale di ulteriore liberalizzazioni aperture, possibilità soprattutto di lavoro noi stiamo elaborando le strategie, i documenti con tanto soprattutto anche di prescrizioni di strategie per comunque permettere queste cose sì ma evitando che con questo aumenti il rischio di contagio delle persone questo è l'aspetto più importante lo stiamo facendo coinvolgendo le parti sociali quelli datoriali e sindacali ma anche ovviamente gli esperti della sanità tutti assieme stiamo elaborando dei protocolli ovviamente fa sempre fede il protocollo siglato a livello nazionale tra i sindacati e i rappresentanti delle categorie economiche ma in aggiunta noi stiamo elaborando dei modelli anche per singole attività ovviamente il parrucchiere come dovrà comportarsi quando un giorno rieperà la sua attività quante persone possono starci in un negozio di uno determinato spazio come devono essere attrezzate le persone per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale devono esserci i dispositivi per disinfettarsi le mani e tante altre situazioni ancora noi stiamo elaborando dei protocolli per tutte le situazioni e questo sarà necessario proprio se vogliamo ripartire al più presto possibile dovremo abituarci all'idea che dobbiamo convivere per un determinato periodo col virus e dobbiamo farlo in modo per non dargli una chance e questo vuol dire che dobbiamo comportarci in modo adeguato soprattutto adottando tutti i dispositivi che abbiamo a disposizione stiamo lavorando su questo vogliamo presentare questi piani al governo l'abbiamo chiesto assieme a altri colleghi proprio al governo centrale che siano le regioni a poter sottoporre alla valutazione del governo questi piani individuali anche tenendo conto delle situazioni peculiari che si hanno nelle regioni ecco mi fermo qui vediamo quali domande sono arrivate Sì, Presidente alcuni colleghi chiedono informazioni in merito a una sorta di roadmap che circola in questi giorni nelle redazioni in merito alle tempistiche della riapertura del ritorno alla normalità si parla del 20 aprile per i cantieri il 4 maggio per gli esercizi commerciali il 18 maggio per i ristoranti e a questo proposito c'è anche una domanda fatta da un collega riguardo a un'affermazione di oggi del Presidente del Veneto Zaia il quale dice che lui prevede di riaprire il 4 maggio se non addirittura prima Beh, io innanzitutto per quanto riguarda il documento che gira mi è stato poi trasmesso anche è sicuramente un documento ormai superato era un'ipotesi di lavoro di qualche settimana fa addirittura o meno più di 10 giorni fa sicuramente proprio perché i nostri uffici la nostra task force dedicata sta lavorando su queste ipotesi è un documento quello che gira ancora molto molto allo stato grezzo nel frattempo il documento è stato molto più elaborato soprattutto anche prevedendo poi tutte le misure di protezione necessarie stiamo ancora lavorando su questo documento confrontandoci anche con i partner sociali con esperti esterni la task force che abbiamo creata ovviamente è composta dai direttori di dipartimento competenti delle strutture della provincia ma ovviamente anche esperti esterni del mondo finanziario, del mondo economico e poi ci confrontiamo con tutte le categorie interessate per avere poi anche delle soluzioni praticabili questo è l'approccio che abbiamo proprio per poi poter mandare questi protocolli al governo centrale e concordare anche con il governo centrale queste ipotesi per poterli mettere in opera il collega Zaia sta facendo la stessa cosa noi ci sentiamo anche ci confrontiamo ovviamente la data del 4 maggio è stata già indicata dal governo centrale anche come un'elentuale data diciamo di una svolta o di comunque di una apertura maggiore ma ovviamente ci sono delle idee di cosa si potrebbe già fare prima eventualmente senza rischiare ovviamente di nuovo di una seconda ondata di contagio e di come si dovrebbe muovere dopo perché anche il 4 maggio mica si aprirà tutto dovremo avere comunque delle fasi diciamo di una ripartenza graduale sempre collegata con prescrizioni per quanto riguarda i comportamenti individuali e perciò tutti siamo al lavoro ci confrontiamo anche ci scambiamo anche le nostre proposte anche con i colleghi del Trentino con il collega del Veneto e anche con altre regioni ancora e guardiamo anche ovviamente oltre i confine vediamo un po' cosa si fa nel Tirolo cosa si fa in Austria e in Germania e tutti questi ragionamenti entrano poi nelle ipotesi che stiamo facendo e ovviamente vorremmo mettere in opera prima possibile sapendo che e questo lo ripeto ancora una volta per qualche mese per un po' di mesi dovremo convivere con il virus e cioè comportarci in questo modo da poter comunque svolgere le nostre attività ma non rischiare la nostra salute poi ci sarebbero due domande con un respiro un po' internazionale diciamo una chiede se possa essere possibile esercitare una pressione attraverso l'Euregio anche con l'Austria su Roma affinché venga aperto il traffico privato lungo l'asse del Brennero e un'altra chiede se le risulta che vi siano divieti riguardanti le vacanze estive per altri paesi sì per quanto riguarda l'apertura speriamo prima possibile totale dei confini tra gli stati almeno europei ovviamente questo dipende notevolmente dipende soprattutto dallo sviluppo negli singoli stati europei nel momento in cui le nostre strategie le nostre misure di protezione anche i nostri livelli soprattutto diciamo di adozione e di di queste misure e anche poi i livelli di contagio cioè la percentuale di nuove infezioni anche altri dati fondamentali si avvicinano sempre di più in quel momento lì sarà anche automatico che non ci sarà più bisogno di controlli sui confini perché allora gli stati non devono più temere diciamo di importare ovvero esportare un problema ed è questo che noi tutti auspichiamo che tutti tutti gli stati europei siano in grado a combattere la pandemia con le loro strategie a riuscire ovviamente a invertire la tendenza e con questo avremo prima possibile ovviamente di nuovo anche la libertà di circolazione non solo per le merci che ora esiste ma anche per le persone noi a livello e regio ovviamente non possiamo vedere l'ora di questo momento perché vorremmo comunque che i confini tra i tre lenda siano sempre aperti oggi non è solo il Brenner ma anche almeno in certi modi c'è anche un confino perché c'è un confine tra tutti i comuni in qualche modo con il Trentino e perciò noi speriamo che al più presto possibile abbiamo questo avvicinamento diciamo delle situazioni in senso positivo per poter avere di nuovo i confini aperti per quanto riguarda invece la possibilità di viaggiare in determinati paesi o comunque tra i paesi non solo europei ma anche extra europei sappiamo che oggi tanti stati come anche l'Italia ma anche tutti gli altri stati europei hanno delle previsto delle restrizioni e anche dove solo per determinati motivi si può viaggiare in determinati stati per il rientro da determinati stati dei cittadini italiani sono comunque previsti un periodo di quarantena mentre appartenenti a altri stati solo per determinati motivi per esempio possono entrare in Italia questi divieti oggi esistono o restrizioni per non chiamarli divieti e perciò diciamo parlare di un turismo e di vacanze è oggi ancora prematuro però nel momento in cui noi riusciamo a garantire uno standard di pari livello almeno tra gli stati europei avremo anche di nuovo la possibilità di viaggiare almeno in Europa e poi speriamo al più presto possibile anche negli e dagli stati extra europei ci sono anche due domande riguardanti il settore della sanità la prima dice che sono partite le unità sanitarie di continuità assistenziali già a Merano Bersanone e Brunico e saranno attivate da domani anche a Bolzano questa è la prima domanda un'altra dice che risulta che oggi siano state effettuate delle ispezioni dei nasi in alcuni ospedali e sono stati prelevati dai campioni di mascherine cinesi le risulta sa se si tratta di indagini legate all'inchiesta appunto riguardo le mascherine provenienti dalla Cina devo dire che su entrambe le domande ahimè non posso dare la risposta oggi perché diciamo una domanda sicuramente che è appena pervenuta io non sono informato sul punto però possiamo senz'altro dare la risposta sicuramente domani e questo per me è la possibilità di già annunciare la conferenza stampa di domani dove sarà a mio fianco l'assessore competente per la sanità Thomas Wittmann ma anche la direttrice del dipartimento prevenzione la primaria Dagmar Reghele perché loro vorranno domani illustrarci un attimino tutti i grafici ma anche tutti i dati e soprattutto dare un'interpretazione ai dati lasciamo ovviamente agli esperti cioè la primaria Reghele darci un'interpretazione degli sviluppi delle ultime settimane anche per avere forse un po' un pronostico come potrà svolgersi diciamo come si potrà sviluppare la situazione anche nei prossimi giorni e questo sicuramente sarà l'occasione anche essendo qui poi diciamo l'assessore con delega la sanità e la primaria di poter rispondere a queste domande purtroppo io non ho le informazioni al riguardo Un altro collega chiede se ci può illustrare come sarà erogato il contributo di 800 euro alle famiglie cioè sarà sufficiente un'autocertificazione ed eventualmente quante richieste si prevede possano giungere Beh per quanto riguarda le stime è sempre molto difficile noi ieri mattina l'altro ieri anzi ieri mattina in giunta provinciale e anche poi in pomeriggio in consiglio e di sera di nuovo in giunto provinciale sempre quando siamo passati ai passaggi che prevedono diciamo la copertura delle spese dovevamo dire che si tratta comunque di stime di stime molto approssimative per quanto riguarda le misure a sostegno delle famiglie solo deliberate ieri abbiamo stimato circa 27 milioni di euro aggiuntivi di spesa proprio per le integrazioni che stiamo facendo questo però era la somma diciamo di varie misure cioè io adesso avrei difficoltà a dire quanto sarà questa spesa riportata diciamo al contributo di 800 euro quante saranno domande una cosa però la posso dire tutte queste misure noi le abbiamo previste non come gare diciamo come bandi dove chi arriva prende finché ci sono soldi ma come proprio prestazioni che costituiscono un diritto dei cittadini vuol dire che i soldi ci saranno finché ci saranno cittadini che hanno diritto a questa prestazione un'altra domanda riguarda il mondo dell'economia e cioè le imprese che già oggi possono svolgere le loro attività per queste aziende sono previste delle norme di sicurezza e dovranno essere ovviamente osservate ci può dire chi svolgerà questi controlli nelle imprese sì ovviamente ci saranno i controlli anche giusto che ci siano perché non avrebbe senso prevedere delle regole poi nessuno che li controlla perciò saranno ovviamente come sempre campione o magari anche su segnalazione i controlli potranno essere svolte da tutte le forze dell'ordine come sempre quando si tratta di un'ordinanza ai sensi dell'articolo 52 dello statuto di autonomia proprio di questo si tratta nel caso specifico cioè polizia di stato carabinieri guardia di finanza anche la polizia locale senza altro forse per quanto riguarda le attività economiche sarà forse più sulla guardia di finanza per esempio che svolgerà determinati controlli ma anche comunque tutte le altre forze dell'ordine quello che oggi avevamo condiviso anche nella riunione con il prefetto e i comandanti delle forze dell'ordine era quello che anche qui noi vogliamo sempre ovviamente guardare di più alla sostanza che alla forma cioè il tema è le misure di protezione vengono adottate come previste dai protocolli a livello nazionale ripeto quelle siglate tra i sindacati e le categorie economiche a livello nazionale ma anche quelle comunque aggiuntive risultanti dalle prescrizioni anche a livello locale nel senso che si tutela la salute del collaboratore della collaboratrice dell'operaio o si tratta di un mero errore formale io credo che sia importante guardare la sostanza anche poi fare le raccomandazioni anche poi comunque aiutare le aziende nel rispetto di tutte le prescrizioni e sanzionare ovviamente dove si rischia davvero la salute delle persone perché questi sono comportamenti che vanno sanzionati ecco lei ha già più volte sottolineato la priorità dell'ordinanza emessa nei giorni scorsi rispetto ad altre però alcuni colleghi rilevano che ci sia una come dire una discrepanza tra le norme a livello comunale a livello nazionale e provinciale ecco forse può ribadire meglio questo concetto per per chiarire lasciare spazio ma maggiore chiarezza dicono per esempio se una persona da piano può arrivare a piedi a Bolzano quale delle restrizioni è valida quella del capoluogo quella provinciale e e poi un'altra domanda si riferisce al fatto se è possibile o meno che i sindaci emanino delle norme ancora più restrittive rispetto a quelle in vigore attualmente ecco questo sì per quanto riguarda ovviamente il tema della gerarchia delle fonti ovviamente è un tema molto complesso quando si devono individuare le fonti che vanno osservate o che regolano determinati casi soprattutto quando si tratta di una situazione nuova come questa di una pandemia c'è innanzitutto indubitabilmente la competenza statale per quanto riguarda la gestione di tutti gli aspetti che riguardano la pandemia cioè l'emergenza sanitaria stessa anche in funzione della tutela immediata della salute delle persone diciamo quali sono i standard di tutela per esempio anche quale tipo di cura e quant'altro questo è indubitabilmente competenza statale poi la nostra autonomia comporta che abbiamo competenza specifica esclusiva in materia di protezione civile oltre a questo il decreto madre come è stato nominato cioè il decreto originario che ha dichiarato anche lo stato di emergenza che ha nominato il commissario Borrelli ha evidenziato che il commissario Borrelli è commissario per tutta Italia tranne per le due province attorno di Trento e Bolzano dove i due presidenti fungono da commissario straordinario tutte queste cose e poi l'articolo 52 dello statuto di autonomia prevede che sia il presidente della provincia adottare misure di urgenza necessarie per tutelare l'incolumità delle persone se si sanno queste cose e si leggono anche di PCM statali che comunque prevedono che a livello regionale si possono prevedere delle misure ulteriori allora si riesce anche a districarsi noi abbiamo scelto la via di recepire in via principale i DPCM statali di anche integrarle nell'ordinanza provinciale per avere la facilizzazione della lettura così diciamo un documento unico perciò io ribadisco sempre basta leggersi l'ordinanza del presidente della provincia e abbiamo aggiunto come tutte le altre regioni tra l'altro anche quelle che hanno minore autonomia anche quelli dove i presidenti non sono nominati commissari straordinari abbiamo aggiunto anche delle ulteriori cose l'ha fatto il Veneto la Lombardia l'abbiamo fatto noi noi sicuramente a maggior ragione avendo anche ulteriori poteri e perciò qui fa fede questo è stato condiviso oggi anche con ripeto con il prefetto con tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine fa fede l'ordinanza del presidente della provincia ed è proprio questo e adesso arriviamo all'ulteriore livello proprio questa ordinanza che prevede esplicitamente che i sindaci possono per quanto riguarda cioè limitato a questo aspetto per quanto riguarda la cosiddetta attività motoria prevedere delle ulteriori restrizioni tenendo conto delle piccolarità del loro territorio ovviamente le ordinanze dei sindaci hanno valenza e valore soltanto per i territori comunali diciamo di questi comuni di questi sindaci e cioè a Bolzano vige ovviamente il limite dei 400 metri attualmente mentre in altri comuni non vige e perciò chi a piedi ovviamente attraverserebbe anche il confine del comune di Bolzano deve sapere che lì invece vige quella regola perché è proprio l'ordinanza provinciale che lo prevede qualcuno dice perché si è fatta questa scelta di lasciare ai sindaci questa facoltà beh in effetti è stata chiesta dai sindaci dai comuni da rappresentanti di comuni e anche dal consorzio proprio per tenere conto delle situazioni peculiari io personalmente sono convinto che non è la distanza che diciamo su cui bisogna stare molto attenti dal proprio abitato ma è importante che la gente durante l'attività motoria non si avvicini a altre persone questo aspetto perché se io poi mi riunisco con altre persone davanti al portone di casa mia anche se sono vicino a casa comunque ho violato la norma perché bisogna stare lontani dalle altre persone e ricordo per l'attività motoria non solo un metro ma addirittura tre metri qui siamo più puntuali e più severi diciamo di altre regioni anche perché nell'attività motoria ovviamente il rischio di contagiare qualcuno aumenta un'ultima domanda è relativa ai dati che vengono divulgati quotidianamente dall'azienda sanitaria e un collega chiede se è possibile avere i dati delle persone guarite scorporati per comune sì senz'altro sarà possibile fare anche questo noi abbiamo avuto sin dall'inizio un approccio per quanto riguarda i dati perché spesso si è chiesto trasparenza ulteriori trasparenza noi vogliamo essere trasparenti senza dubbio però vogliamo dare i dati diciamo che ovviamente servono a questa trasparenza capire qual è il fenomeno come si sviluppa che danno informazioni utili ma non danno luogo a speculazioni su singole persone o addirittura svelano anche dati che sicuramente sono soggetti alla privacy delle singole persone detto questo senz'altro potremmo anche dare questo servizio per me però è più importante ancora spiegare un attimino il grande divario tra quelli che sono alla fine risultano come curati di aver superato la malattia qui in Alto Ais rispetto per esempio al confinante Tirolo dove sappiamo che da meno tempo almeno si osserva questo fenomeno ma comunque i guariti sono già molti di più ma come mai qualcuno chiede perché i protocolli sono completamente diversi per poter dichiarare una persona guarita in Alto Alice in Italia perché il protocollo è unico per tutta l'Italia perché è stato deciso dall'Istituto Superiore della Sanità ci vogliono non soltanto diciamo le famose due settimane e alla fine magari un periodo senza febbre ma ci vogliono anche almeno due test negativi che devono avere anche poi un lasso di tempo che intercorre tra l'uno e l'altro e a volte succede che addirittura impieghiamo un mese per poter poi dichiarare guarito una persona non perché non si fanno i test ma proprio perché questo è il risultato di questo protocollo molto severo in Italia mentre in altri paesi come in Austria per esempio basta che dopo i 14 giorni uno dichiari di non aver avuto più la febbre da 4 giorni allora anche col telefono viene dichiarato guarito e questo spiega che abbiamo moltissimi guariti in altri paesi mentre in Italia tentiamo ad avere un numero più alto di guariti non chiedetemi quale sia il protocollo migliore ma è diverso sicuramente quello italiano è molto molto preciso è molto severo ecco con questa risposta del presidente Compacer chiudiamo la conferenza stampa odierna vediamo appuntamento quella di domani alle 16.30 che sarà impernato sulle tematiche riguardanti la sanità per il momento vi ringraziamo e arrivederci grazie grazie grazie